Hallo, ich bin Hueco, ich komme aus Spanien, ich bin hier an Radio Regenbogen und ich möchte announce meine nächste Fechas in Radio Regenbogen.de. Wir spielen hier in Karlsruhe in der Nähe nächsten 22. Juli. Also dann, ich hoffe, everybody can go there to rock mit Bad Religion. Don't miss it, don't miss it.